Hallo und herzlich willkommen bei Virtus.Tools und einer neuen Folge Fortnite. Ich weiß, ich bin scheiße, ich spiele scheiße, ich bin scheiße, nein Spaß, aber trotzdem habe ich meinen Spaß am Spiel und ihr vielleicht auch ein bisschen durch den Klacken dran. So, da sind wir. Das haben wir hier für eine Map. Oh, quer rüber alles weiß, jetzt könnten wir eventuell mal versuchen. Oder hier Flush Factory, ich fand die ja nicht verkehrt, die Gegend hier, aber ist halt auch echt weit ab vom Schuss. Wir gucken mal, was hier so geht. Oh, die alle hüpfen. Also hier springt schon mal so dreißig, jetzt sind wir vielleicht bei vierzig. Einer dreht nach da ab. Aber ich springe auf die Rennbahn zu. Oh, da geht einer hin. Da geht einer hin. Oh, da geht einer hin. Ja, da haben wir wahrscheinlich einen Baum erwischt oder so. Oh, aber hab immer hier noch losge 다 espera. Oh, das kommt die haltung aus. All das noch ein wenigabend. ja ja nicht aber schade war doof gelaufen kennt er ja vielleicht bis nächste runde neues glück wie heißt es so schön also ich bin auch ich muss ja auch sagen oh guck mal hier durft connect art frei baue spiel durft outfits ich muss ja auch sagen dass ich ja was wollte ich sagen ich habe keine ahnung ich weiß es nicht mehr das wetter ist wohl gut ich schiebe alles mal aufs wetter sind einfach mal 30 grad in diesem öpplichen scheiße ja ich sag euch ne das wetter das springt natürlich einige gewesen muss man da hochkommen ob da oben was ist ist die andere frage warum alle fälle erstmal baum ja ja So, immer eine Waffe. Ne, so nicht. Manchmal hast du ja hier oben Kisten. Ah, sieht nicht danach aus. Ich glaube, die hätte ich auch gesehen. Ah, das da sieht gut aus. Nix gelbes hier, warte, was gelb ist. Warum war das nur das Licht? Bisschen doof. Wow. Auf jeden Fall eine Kiste. Gucken wir mal ein Sichten. Krasses Bild, alter. Also alles ein bisschen ab, so dass auch eine Kiste. Übertrieben. Da ging es schon ordentlich los. Hat sich jemand eine Bombe genau ausgebaut. Die Waffe ist echt übel. Ich bin wahrscheinlich einer draufgegangen. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Jawoll. Heftige Waffe. 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 Und zitt er die. Der baut sich komplett ein. Trottel. Boah. Aber Hammerwaffe. Ungelogen, Alter. Puh. Ich hab's nicht erwischt, war klar. Krass. Nachtgesicht. Nacht. Nachtsichtgerät. So. Ich weiß nicht, was heute los ist. So, warte. Ich wollte erstmal hier spinnen. Ach, hab ich aktiviert, ne? Eigentlich. Ja. Ja, bald haben wir die 9 erreicht. Wir werden mal gucken hier, was gibt's bei 9 der Ampel. Ey. Okay. Ja, auch cooles Bild. Die ganzen Outsider hier. Jetzt schauen wir uns mal ein bisschen wieder an. Große springen beginnt. Ich mein, das einzige Gute ist, man hat halt die Chance auf echt viele Kills, wenn man so früh rausjagt, ne? Da brauchen wir uns nicht einreden. Und was denn? Rüber. Und wir können uns das hier nämlich auch mal ein bisschen genauer angucken. Bin ich alleine. Und da war ich auch schon wieder fast weg. Der Klappen kann einen verstecken. Gut. Raus. Hm, wieso hat denn der mich jetzt gesehen? Wurstig. Ja, muss Spaß machen, wie gesagt. Für die Hälfte der Zeit im Ladebildschirm hänge. Ja. Ja. Eins geht noch. Auf alle Fälle. Fehler bei Spielesuche. Dann machen wir das einfach nochmal. Ja, ich sag mal einen Abschuss, ein bisschen länger durchhalten und dann haben wir da auch wieder einen neuen Punkt. Auf alle Fälle. Ja, bei Stufe 10. Ich wollte gerade sagen, was steht denn da unten? Fick dich wieder mit Verbänden zusammen. Wenn ich das sagen darf und jetzt werde ich gesperrt, wird das Video gesperrt. So, rein, raus, und so geht das immer weiter. Der gute Bus hier. Die Wetterstationsbus. Ich versuche mal hier hinzugehen. Oh, da, in dieses Forst-Ding. Na, hier relativ niedrig reinfliegen. Jetzt hier rüber. Und da ist eine Kiste. Wo ist der Bus? Wie lustig. Abgestürzt. Wie lustig. Na, cool. Na, ersten 10 sind schon raus. Aufpassen. Hier ist irgendwo einer auf jeden Fall auf Tour. Aufpassen. Hier ist irgendwo einer auf jeden Fall auf Tour. Das ist ja abgedüst. Schwer zu sagen. Hier unten war doch auch immer noch sonst so was. Oh, heute nicht, oder vielleicht dahinter weiter. weiter. Hau rein! Wo versteckt er sich? Gute Frage, nächste Frage. Er ist nicht von mir. Wir sind ja hier relativ safe, so am Rand. Ja, eindeutig zu viel Bewegung. Wir jagen uns hier gegenseitig. Boah! Das ging doch voll auf den Schädel, oder? Fünf Punkte hat der noch. Scheibenkleister. Der hat echt ein bisschen besser getroffen. Und fuck! Na gut, dann machen wir jetzt die Feierabend. Hat ja trotzdem Spaß gemacht. Ich sag danke fürs Zusehen, bis dahin und tschüss. Ja, wie beginne. Ja, wer wie geht ab? Juncker ist ein Zeugnis nicht mehr. Absolut, schon, bis dahin. Und dann ist das Ganze so gut, was er so gut wird. dass er das ja so gut geht. wenn wir jetzt mal wieder nachher zu können. Ja, das war das selbst. Also, wenn du dann ein Zeugnis nicht mehr verwerben, Und dann in der Ligzeit nicht mehr so gut. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.